Der Anteil des Getreides 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 Die Anleistung der Maschine beträgt pro Stunde 2000 kg Der Kraftbedarf liegt bei 17 Kilowatt Durch ein Regelgetriebe können die für die verschiedenen Getreidearten unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Dreschtrommel genau eingestellt werden Hier die Funktion des Sackhebers. Der Mähdrusch ist das wirtschaftlichste Getreideernteverfahren unserer Zeit. Die Erfolge der sozialistischen Landwirtschaft bestätigen die Vorteile der rationellen Arbeitsweise dieser Großflächenbearbeitung, von der wir Ihnen hier ein Beispiel geben. Alle dafür erforderlichen Maschinen und Geräte können Sie von der volkseigenen Landmaschinen und Traktorenindustrie beziehen. Hier arbeitet unser selbstfahrender Mähdrescher Typ E175-2 Patriot. Die Bergung des trockenen Strohs erfolgt mit dem Feldhäcksler Typ E065-2 und zur gleichen Zeit wird auf dem abgeernteten Feld mit dem Schälwühlpflug Typ DF16U die Getreidestoppel gestürzt. Das ausgedroschene Getreide sammelt sich in einem Kornbunker mit einem Fassungsvermögen von etwa 1300 Kilogramm. Die Übergabe an das Transportfahrzeug erfolgt durch eine Entleerungsschnecke. Die rationellste Abfahrt des Getreides sehen Sie an diesem Beispiel. Ein 60 PS Dieselmotor ist die Kraftquelle des Mähdreschers, der von 1,8 bis 15,2 Kilometer pro Stunde fahren kann. Die Arbeitsbreite 3 Meter, die mittlere Druschleistung 4 bis 5 Tonnen. Bei der Häckselwirtschaft wird das in Schwad abgelegte Stroh mit dem Feldhäcksler aufgenommen. Die Auflammetrommel wird hydraulisch gehoben und gesenkt. Der Feldhäcksler wird von einer Person bedient. Zur besseren Ausnutzung des Ladegutes sind die Hänger mit einem Ladegitter ausgerüstet. Für eine der wichtigsten Kulturmaßnahmen, den Stoppelsturz, ist bei der Großflächenbearbeitung der zweckmäßigste Gerätezug, der Radschlepper RS01-40 mit dem Schälpflug. Die Spreu wird bei diesen Mähdreschern auf der Maschine abgesackt und auf dem Feld abgelegt. Unabhängig vom normalen Erntefluss können die Spreu-Säcke vom Feld abgefahren werden. Die 2-Phasen-Ernte ist das jüngste Halmfruchternteverfahren. Die 5-Phasen-Ernte ist das jüngste Halmfruchtert. Die 1-Phasen-Ernte ist die FC Messi, der ras orth she will bei der Mähdreschern auf dem Feldhäckchen. Die 3-Phasen-Ernte ist das jüngste Halmfruchtert.